Nein, das will ich nicht so. Äh, so Grimford. Mann. Der andere wollte mich mit meinem, mit seinem Präzisionsschuss runterschießen. Nicht so, nicht so. So. Uuuh. Mann. Jetzt kennen wir das. Ertueller. Vorschlaghammer. Cool. 8 bis 18. 7 bis 10. Vorschlaghammer, komm her. Mordachs. Ähm, die habe ich schon. Stoffhandschuhe. Handwickel. Weg. Komm. Verdammt, ich habe ein paar Schlagsammer verkauft, wieso? Er wollte den verkaufen. So. So, jetzt können wir ja einfach, auch wenn wir voll verlieren, ja, hoffen wir mal, dass es kein Überlevel 5 war, aber es ist es sehr wahrscheinlich. Es ist ein Level 8, das super. Mann. Mann. Fäck. Dich. Ja. Kacklich. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt. Es, das war meine Mutter und ich werde gerade von Mücken gefressen. Und ja, das kackt macht an. Ähm. So, hoffen wir mal, dass es jetzt geklappt hat. Wenn ja, ist es cool. Wenn nicht, das ist Pech. Verbindung wird aufgebart. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. So ein Scheiß. Der Plan war doch so gut. Da war doch so gut, als ich dachte, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Moment. Sind die hier jetzt nicht? Jetzt habe ich wieder die richtigen. Ähm. Ähm. Gut, eh, ich ziehe. Glaube, ja, ja, kann man nachher. Ja, so. Kann man kaufen wie einfach mal. Äh. Nee. Skill-Sense. Nee. Nee. Nee, Farben. Für was brauchen wir Farben? Ach, Rüstung, Farben und so. Ja, kaum werden wir Glück haben, finden wir was. Willkommen wir was Gutes. Aber bei so einem Schiff bekommen wir nie was Gutes. Ja, zieh. Mann. Ja, egal. Ja, egal, haben wir schon nicht mal ein bisschen. Ja, egal, haben wir schon nicht mal ein bisschen. Ihr will. Tö, 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 tö. Tierb, tierb. Stiob. Alle Runddreißiger. Der wird aber sehr wahrscheinlich mit einem Schlag töten. Tot. Toot. Er schlagt daneben. Tot. Sternband habe ich schon. Lob. Er schlagt. Er schlagt. Stirb und stirb und stirb. Uraltes Wissen. Vorschlagsamer. Und du tot. Geh tot. Du auch. Oberaltes Wissen. Stein. Baum. Wasser. Stein. Baum. Wasser. Stein. Baum. Stein. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein Stein der aussieht wie ein Baum. Aber ein Stein ist und im Wasser steht. Wäre doch sicher noch cool. Du. 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 du kannst weg du kannst weg so jetzt muss er den Partner auch gleich wieder beenden wenn wir Glück haben schauen wir uns noch auf Larry 6 rauf das wird er natürlich ziemlich geil finden mein Moor Ast mein Moor Ast äh Stumpenstiefel er braucht noch ein paar Gegner ja du gehst auch du bist auch auch ein Gegner stirb 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 Rutschlag und Rutschlag und tot gut komm ein halbes muss ich doch noch vollbringen ja stirbt ich muss noch ein halbes vollbringen wenn er mir nur zwei YP bringt bringt mir das auch nichts was ja stirb doch besser die Gegner als diese kleinen Fieslinge wo seid ihr wo seid ihr wenn er jetzt noch so ein großer so ja dann wäre es perfekt ja schnell killen schnell killen schnell killen bevor die Hoffnung endet schnell 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 ich schaffe es komm ähm für den Fall dass ich es nicht mehr schaffe sag ich jetzt schon mal tschau äh das ist ein knapp das ist ein knapp das ist ein knapp das ist ein knapp du von nicht heißt in